Hallo zusammen, uns Düsseldorfern, insbesondere mir als Fußballprofi, geht es gut. Wir haben ja alles, was wir zum Leben brauchen. Aber dass das nicht überall auf dieser Welt eine Selbstverständlichkeit ist, sollte uns allen bewusst sein. Deswegen unterstütze ich die Aktion Lebenszeichen Afrika. Dass eure Hilfe auch tatsächlich da ankommt, wo sie hingehört, dafür stehen nicht nur ich, sondern auch alle Helfer und Unterstützer. Wenn auch ihr Interesse habt und sehen wollt, was diese Aktion schon alles bewirkt hat, findet ihr uns unter lebenszeichenafrika.de. Lebenszeichen Afrika, die Düsseldorfer Initiative für Afrika.